so weiter geht es heute mit dem nächsten bisschen herzlich willkommen zurück zum bus auf drei 15 punkte nach poppies ist das hier spricht die mission wäre das auf jeden fall verbinde zwei runden mit observatory ist das große problem so unterstellen ist ja letztendlich egal die unterstellen war das so unterstellen auf nachfrage observatory grady stop south west south gavilan way grady stop grady stop poppies rest poppies rest poppies rest observatory glennwood avd novak academy cliff view scott northgate 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 street so jetzt wieder hoch eine runde übernehmen ja vollzeit bloß auf jeden fall mal nehmen du sollst die rote übernehmen gut dann immerhin da soll ja jemand die fahren definitiv so brauchen wir jetzt sind es jetzt das heißt wir fahren aber die sieben die die wir fahren direkt mal da kommen das ist natürlich irgendwo mit rein gerutscht das ist natürlich irgendwo mit rein gerutscht einen fahrer brauchen sie warten an der ouch so wir gehen noch zu south gavilan way damit war die wo sind die jetzt hin, die Swiss Cavendale, warte mal, bitte wählen, 28 da ist die, warte mal ja, ich will sie eigentlich komplett fahren ja, ich will sie, ich will sie, ich will sie ich will sie schuss ok, ihr solltet zu der rute fahren, alles klar, dann machen wir das ok, wir sollen jetzt so die rute fahren, alles klar, weiter machen wir das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und hier haben wir mich auf 3, okay. Können wir jetzt halt auf die Seite. Nee, Poppys, was kommt jetzt erst? Okay. Ich hoffe, dass da jetzt viele stehen. Und vor allem die noch wieder aussteigen müssen. Ja, das könnte funktionieren. Das könnte jetzt mit einem Rutsche alles funktionieren. Das sind ja nicht einige. Das könnte da mit einem Rutsche funktionieren. Auch kein Geschäft. So, Simeon, wir planten die Leute raus. So, die fällt noch, die Zimmer wird die wir aufbauen müssen. Auf 3. Okay. Dann machen wir jetzt gleich noch ganz kurze Route da. Dann machen wir die mal ab und dann haben wir das auch ohne Probleme hingekriegt. Wech kriegen wir es in einer Folge hin. Oh, da war es der Rutsche-Fahrer, ne? Die eine oder andere hatte ich jetzt erst noch 3 ausgebaut. Ich würde mich, was die mal da machen, würde ich auch rüber gehen. Ich würde mal den Weg zu gehen, auch gehen hinter der Laterne lang. So, jetzt habe ich den Rutsche-Fahrer schon mal ausgeladen. Mein Vater möchte, dass ich ihm nachfolge und Bibliothekarin werde. Ich möchte den Geruch von Büchern schon immer. So, aufpassen, weil hier so Glitze. Ich habe auch fast, glaube ich, noch gar nicht geschafft, bisher die gewitzt zu werden. Ich kann auch so gerne so bleiben. Na klar. Hier ist sie. Ja, ich zeige Ihnen meine Fahrkarte. Aber nicht anfassen. Die kommt direkt in meine Sammlung. Platzfahrer. Hier ist meine Fahrkarte. Klar. Ich habe damals 1898 eine lebenslang gültige Fahrkarte gewonnen. Na ja, Pa. Hier ist sie. Was ist denn mit los hier? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, nochmal. Es ist halbverkehrs. Es ist natürlich extrem voll. So kriegst du natürlich die Aufgabe für eure Fahrgäste Anzahl X nach Halte-Stelle Y. Ziemlich zeitnah erledigt. Die haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gehabt. Die hat diese Aufgabe noch gegen diese Mission. Wir haben ja Zeit gekauft. Wir haben ja Zeit gekauft. Tschüss. Die Bewohner von Sankis haben mich gebeten, sie an unser Streckennetz anzuwenden. Fahrgast blockiert die Tür. Geh mal bitte durch. Ich werde aber nicht weiter arbeiten kann hier. Ja, bitte. Ich schaue mal nach, was läuft und rufe dich zurück. Ja, bis dann. Ich brauche eine Fahrkarte. So, siehst du, siehst du, siehst du zurück. Also, wir haben die Aufgabe schon mal gelöst. Das ist auch ganz, ganz wichtig gewesen. Auf jeden Fall in meiner nächsten Folge schon die nächste Mission dann wieder. Ich war jetzt die Rote hier noch nicht zu Ende. Entschuldigung, junge Dame. Ich hatte mich damit gerechnet, dass sie da sich bestellen wollte. Aber okay. Dann müsste man als jemand mal bitte an das zuständige Trassenbauamt weiterleiten. Und... Da wird die Straßen mal gemacht werden. Ja, warte mal, die hatte ich ja keine Ausgabe. Aber dann... Ich bin wieder zurück. Hat er, dann doch gerade jetzt einen Punkt von der Letztverhalte stelle. Warte, fuck. Okay. Ist ja nicht irgendwie einer, der da... Ich wollte gerade sagen, er war immer ein paar Tage, weil er ist ja noch gepennt hat. Ich bin wieder zurück. Ich hoffe, sie haben Zeit genug anzumachen. Wir sind voll auf der Zeit. Ich freue mich mal, den mal unauffällig. Da müssen wir ja auch links ab. Ich fahre jetzt hier einmal rum. Und ein Rollstuhlschuss habe ich dabei. Okay. Ich bin froh, dass ich gerade den Lackenbus hier mit dabei habe, weil das wäre mit der kurzen Definitivisierung länger geworden. Dankeschön. Dankeschön. Bereit, hier ist Zugesie. ich hatte schon dass die kümmern ist der kümmern Okay, ich werde mich ja kaum wieder ausmachen, weil es regnet nicht mehr. Ich werde mich ja nicht mehr ausmachen, weil es nicht mehr ausmachen kann. Ich werde mich ja nicht mehr ausmachen, weil es nicht mehr ausmachen kann. Ich werde mich ja nicht mehr ausmachen, weil es nicht mehr ausmachen kann. Ich werde mich ja nicht mehr ausmachen. 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 Das ist nicht mein Problem, wenn man einschläft. Ich habe das, glaube ich, letzte Woche gehabt, da habe ich es gar nicht mitbekommen, dass tatsächlich hinter mir einer eingeschlafen ist. Den habe ich tatsächlich bis hin zur Stelle mitgenommen, der hätte eigentlich Dirk eine halbe Stunde früher raus müssen müssen. Ja, dann ist es halt so, dass man mit dem Nächsten muss in die andere Richtung fahren muss. Und dann ist es halt so, dass ich mich ja nicht mehr ausmachen kann. Ich lüfte noch gar nicht durch. Ich lüfte noch gar nicht durch. Na klar. Hier, bitte. Wir haben ja Zeit genug. Ich mache mal gar nicht zwei Karten, was wir hier. Da ist bestimmt der eine oder andere dabei. Jawoll, da war ich schon an euch. 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 Und noch. Oh, zweiter, da war ich. Das hat wohl nicht ganz gezogen. Ne, überhaupt nicht. Hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigen Sie die Kratzer. Sie haben meine Fahrkarte. Ich musste sie mir von einem Fuchs zurückholen. Noch einer. Ich sage ja, drei auf jeden Fall schon mal auf der Rote E-Reise. Was? Ach so, hier. Und vier. Die neue Ausgabe vom Droneswarm-Comic ist draußen. Ja, ja, alles gut, das kriegen wir schon hin. Ja, ja, alles gut. Wir haben immer noch fast drei Minuten Vorsprung. Wir könnten locker alle absitzen. Aber egal, alles gut. So, jetzt habe ich schon jetzt ein Fischig habe alle danach irgendwann. Ich brauche die Rante bitte. Ja, die kriegst du. Und noch ein Fahrrad. Da wird es drei Zahlfragen allein auf dieser Linie hier bekommen. Hi. Hey. Da wird es dicke. 87.600 Dollar. So. Ja. Da sind wir ein Tücke, Tageskarte. Einfache Fahrt bitte. Okay. So. Nächste Haltestelle. Ist da die letzte ist der Fishing Harbor, also der Fischerhafen. Ja. Und dann hätten wir sie einmal geschafft. Ich habe alle gesagt, allein auf der Route drei Zahlfragen. Ja, drei Zahlfragen. Die sind aber lieber nicht so. Ende. Du brauchst jetzt nicht mehr, jetzt eher in der Halterstelle. Mit 100%! Wie gesagt, die habe ich gerade das erste Mal gefahren. So, gut, die sonnigen Aussichten gehen wir in der nächsten Folge an.